Hallo, 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 hier ist wieder ein Schoki-Quiz-Duell. Ich bin herausgefordert worden heute von Sentimental34. Und Sentimental34 gewinnt ein solches Buch, Kreisliga-Legende, wenn er gegen mich gewinnt. Und wenn er nicht gegen mich gewinnt, dann bekommt das Buch jemand aus der Community unter den Abonnenten und denjenigen, die unter dem Video einen Kommentar schreiben. Darunter wird das Buch verlost. Einmal wird das Buch hier verlost, Kreisliga-Legende. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich bin dran mit Spielen und ich wähle eine Kategorie Essen und Trinken, mal was anderes. Nehme ich das mal. Was ist keine Bezeichnung bzw. kein Markenname für die Mischung von Cola mit Limonade? Schwib-Schwab ist eins, Spezi ist eins, Mezzo-Mix ist eins und Colimo, 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 Cola-Limonade, Cola-Limo, Quark, Käse. Was bedeutet badieren? In Scheiben schneiden, mit Mandeln spicken, mit Speck umwickeln, kalt pochieren. Badieren, mit Speck umwickeln. Wo wird Stu als Nationalgericht zubereitet? Bulgarien, Malta, Irland, Finnland? Irland. Ja. Puh, da habe ich mal was gewusst. Es war nicht wirklich fundiert, aber richtig getippt. Ja, Sentimental 34 muss ich jetzt spielen. Ich warte das mal ab und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich spiele nun die nächste Kategorie gegen Sentimental 34. Glaube und Religion ist angesagt und die erste Frage lautet, Wer bringt vielen italienischen Kindern in den meisten Regionen des Landes in der Nacht vom 5. zum 6. Januar Geschenke? Befana, Lucia, Ted Moros, Silvio Berlusconi, ja klar. Befana, richtig, aber keine Ahnung, nie gehört. Ich bin jetzt nicht so ein richtiger Italiener, deswegen weiß ich sowas nicht. Wie nennt man einen Anhänger des Sufismus, einer von Askese und Mystik geprägten Randgruppe im Islam? Kadhi, Derwish, Mufti, 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 nicht? Kadhi, Derwish, Kadhi, Derwish, Kadhi, Derwish, Derwish. Warum, weiß ich nicht, aber richtig. Ja, wie heißt Minotauros, Mutter in der griechischen Mythologie? Pasifai, Persepone, Persepone, Hera, Demeter, Pasifai, Gefühl, Gefühl. Ja, alles richtig. Krass, ich habe alle 6 Fragen bis jetzt richtig beantwortet. Oh, und Sentimental hat die letzten 3 falsch beantwortet und hat Glaube und Religion gewählt. Wie bescheuert ist das denn? Hat überhaupt keine Ahnung von dem ganzen Kram. Ja, wir spielen die nächste Runde und da wähle ich Medien und Unterhaltung. Mal gucken, was passiert. Wie ist der Gründer und 1. Moderator der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst? Das war Eduard Zimmermann, Rudi Zerne, der hat es mal gemacht, ich glaube immer noch. Butz Peters, kenne ich nicht, Andreas Türk, Käse. Eduard Zimmermann, richtig. Was ist kein deutscher Fernsehsender? ZDF, NDR, ARD sind und CBS, das ist irgendwie Englisch, Amerikanisch, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall das. Wie lautet kein bekannter Werbeslogan? Nichts ist unmöglich, Toyota. Ich habe diese Orang-Utan da irgendwie vor der Birne. Nichts ist unmöglich, Toyota. Ja, auch wieder alles richtig. 9 zu 3 steht es. Medienunterhaltung muss Sentimental 34 jetzt spielen. Ich warte mal ab und dann melde ich mich wieder. Ich spiele nun die nächste Runde gegen Sentimental 34. Es geht nach wie vor um dieses Buch, dass entweder Sentimental 34 gewinnt oder jemand aus der Community von den Abonnenten, die dieses Video kommentieren. Ich spiele in der Kategorie Zeugen der Zeit. Und die Zeugen der Zeit fragen mich, wie heißt der Erbauer der Freiheitsstatue in New York? Michelangelo, nein. Guggenheim, nein. Lindbergh ist doch ein Pilot gewesen. Bartholdi. Guggenheim, Bartholdi. Bartholdi. Yep. Wer benahm nach George Washington dessen Amt und wurde sowie zweiter US-Präsident? Oh, Abraham Lincoln? Nee. Thomas Jefferson, Lyndon B. Johnson. Nee, das kann doch nicht sein. Das sind zwei große Präsidenten hintereinander. John Adams kenne ich nicht. Deswegen würde ich sagen, John Adams. Ja, da ist er. Ja, und wer war US-Präsident von 1963 bis 69? Richard Nixon. Johnson, Lyndon Johnson. Der war Nachfolger von John F. Kennedy. John F. Kennedy ist 1963 gestorben. Ja, Lyndon B. Johnson. Sehr gut. Das bedeutet, ich habe bis jetzt ein perfektes Spiel. Ich habe alle zwölf Fragen richtig beantwortet. Hammer. Ja, ich hatte noch nie ein perfektes Spiel. Noch nie alle 18. Noch nie. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Ich spiele jetzt die nächste Runde. Und die nächste Runde geht in der Kategorie, was wird mir angeboten? Kinofilme. Kinofilme kann ich super. Wie heißt der Actionfilm mit Jason Statham? Transporter. Wie heißt der Actionfilm mit Jason Statham? Transporter. Richtig. Top Gun, nein. King Arthur, nein. Alien, nein. Transporter. Yeah. So, ein zynischer Kaffeebesitzer im französischen Marokko begegnet eines Tages während des Zweiten Weltkriegs einer Geliebten aus Paris. Ah, Casablanca. Das ist, schauen wir in die Augen. Ein zynischer Kaffeebesitzer im französischen Marokko begegnet. Also so eine lange Frage, total bescheuert, aber es ist mal Casablanca. Casablanca. Genau. Und welche körperliche Besonderheit hat James Bond Gegenspieler im Film Der Mann mit dem goldenen Colt? Das weiß ich. Eine dritte Brustwarze. Kein Bauchnabel. Schwimmhäute. Elf Finger. Eine dritte Brustwarze. Auch eigentlich, aber es war so. Ja. Eine dritte Brustwarze. Ey, wie geil ist das denn? Ich habe jetzt alle Fragen richtig beantwortet. Es ist noch eine Runde. Ich bin so weit weg vom perfekten Spiel. Wie geil ist das denn? Jetzt bin ich mal gespannt, was Sentimental34 hat schon gelost. Ja, der macht ja kein perfektes Spiel. Käse. Kann ja gar nicht mehr. Ja, er hat ja schon verloren. Aber ich bin gespannt, was bei rauskommt. Also auf jeden Fall, die Community bekommt schon dieses Buch zugeschrieben. Einer von euch bekommt das, wenn ihr das kommentiert und Abonnent seid. Und ich gucke jetzt mal, dass ich das perfekte Spiel hinkriege. Ich spiele jetzt die letzte Runde gegen Sentimental34 und ich bin so nah dran am perfekten Spiel. Am allerersten perfekten Spiel. Mal gucken, ob es wirklich Realität wird. Sport und Freizeit. Das ist schon mal gut. Sport und Freizeit, würde ich sagen, liegt mir. Mal gucken. Welcher Fußballer erzielte 13 Tore bei einer Weltmeisterschaft? Oh. Miroslav Kose, nein. Paolo Rossi, nein. Gerd Müller? Just Fontaine. Gerd Müller? Hat der Gerd Müller 13 Tore bei einer Weltmeisterschaft? Ne. Ne. Oh. Just Fontaine. Keine Ahnung, das habe ich noch nie gehört. Aber Gerd Müller war es nicht. Das hätte ich schon mal mitgekriegt, dass der 13 Tore gemacht hat. Oh. Bei einer Weltmeisterschaft. Hammer. Was war das denn? Okay. In welcher Stadt findet das Tennis-Turnier US Open statt? In Los Angeles, New York, Miami, Atlanta. New York. New York. Oder? New York. Ja. 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 Noch eine Frage. Noch eine Frage. Aus welcher Sportart stammt der Begriff Goaltending? Ich weiß es. Glaube ich. Ich weiß es. Basketball. Das perfekte Spiel. Basketball. Yes. Das perfekte Spiel. 18 Fragen bin ich gefragt worden. 18 richtige Antworten habe ich gegeben. gegen Sentimental34 hat natürlich heute voll geloost. 18. Guck mal hier. 18. Ach ja gut, sieht man ja eh. 18 Fragen. Geil, geil, geil. Das heißt, die Community bekommt jetzt ein Buch. Hier. Kreisliga-Legende. Zugeschrieben. Alle, die Abonnenten sind und jetzt einen Kommentar reinschreiben. So was wie. Bay. Hier, du bist eine geile Sau. 18 Fragen. Das perfekte Spiel. Geil gemacht. Super. Weiter so. Und sowas. Das könnt ihr alles reinschreiben. Oder einfach nur, ich will das Buch haben. Könnt ihr auch reinschreiben. Und unter denen, die was kommentieren, da wird dieses Buch dann verlost. Einmal. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wer es wird. Das perfekte Spiel. Das perfekte Spiel. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Schoki bei Noki. Und Quiz-Duell. Bis dann. Cheerio mit Sophie. Tschüss. 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 Vielen Dank.